Und damit willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3, wo gerade aus Irrman Grund unsere Kräfte nachgeladen sind. Beim letzten Mal haben wir den Angriff auf die Erde miterlebt und haben festgestellt, wir sind alleine ziemlich gefickt und wir haben eine Nachricht bekommen. Achso, ja ich hoffe das hatten wir schon. Und deshalb, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir heute alles machen werden, aber so viele Optionen haben wir auch noch nicht. So, vielleicht können wir jetzt hier noch das letzte Ding holen, wo wir schon mal hier sind, wenn man weiß, wo es ist. Manchmal ist es auch einfach irgendwo mittendrin. So, es ist einfach nur ein Wrack, aber dann kann ich wenigstens jetzt, da weiß ich jetzt wenigstens, dass das abgeschlossen ist. Also da passiert auch eigentlich nichts großartig Schlimmes, dann kommen halt die Reaper und man muss halt abhauen, aber das ist wie gesagt an sich nichts Schlimmes. Ich würde sagen, wir beholen uns mal an das proteanische Artefakt, weil vielleicht hilft es ja beim Bau des Tiegels. Beziehungsweise Crucible. So, wir müssen Yara mitnehmen und unser einziger andere Squad-Mitglied ist James. Das ist auch soweit okay. So, die Predator brauche ich überhaupt nicht. Dann habe ich sogar die 200% mit dem Ding. Nach 200% kriegen, das ist ziemlich heftig. So, der hat was er braucht, der auch. Oh. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean Beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. And where you went up against Saren in the Geth for the first time, no? Yes. And now with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Es ist echt hart für diese Leute. Sie verdienen besser. Ich weiß. Die Allianz hat was er konnte, um die Kolonisten zu evakuieren, aber Cerberus kam so schnell. Wenn wir Überlebte finden, tun wir was wir können. Was ist das Artefakt? Ist es Teil des Prothean-Devices, die wir auf Mars gefunden haben? Die Allianz hat keine Spezifiken darüber, was Cerberus herausgekommen hat. Aber was auch immer es ist, ist es besser mit uns als mit Cerberus. Ich bringe dich in so nahe an der DIG-Site, wie ich kann. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Appreciated. All part of the service, Commander. All right, everyone. Get ready to move. With luck, we can get to the DIG-Site, before Cerberus knows, we're here. No sign of Survivors. Come on, we need to find the DIG-Site. Ähm, hallo, du wirst vielleicht wenigstens noch. Machst du vielleicht mal Brandmunition drauf? Oder... Warte, das hab ich... Das hab ich gar nicht mehr. Erzähl doch nicht. Die Stadt auf der Erde, wo ich war, war hart und schrecklich. Ich kann es sehen, es ist eine Warn-Zone. Eden Prime hat das nicht verdreht. Niemand hat das. Aber sie werden es stärker sein. Ist hier überhaupt jemand? Gott verdammt, Shepard, du sollst dich einfach an die Wand lehnen. Das können wir schon mal vergessen. Wer mag die nicht? Ich mein, darauf basiert Transformers. Darauf, dass Jungs Autos, Roboter und Dinosaurier gut finden. Ja, tu es, bitte. Ist zu ruhig hier. Das ist der Elevator, der führt nach dem DIG-Site. Gerdes, das ist nicht möglich. Es ist kein Protheon, es ist... ein Protheon. Du sagst, ein Collector? Das, was die Reapers verletzten die Protheons? Nein. Ein original, unmodierter Protheon, der noch ist, ist noch nicht möglich. Du bist richtig. Das ist nicht möglich. Du sahst die Protheon Stasis-Chamber in den Archiven auf Eilos. Die einzige Grund, die sie verletzten, war ein Lack von Kraft. Cerberus hat das in einem Untergrund von Bunker. Es hat noch Kraft. Er hat in Stasis-Cypher in den letzten 50,000 Jahren. Er ist für uns. Denken, was wir lernen können. Was kannst du mir erzählen über die Protheons? Die Leute, nicht die Technologie? Die Protheons sind mit den Protheon-Cypher. Du wahrscheinlich wissen sie so viel über sie als ich. Die Protheon-Empires spandten die Known-Galaxy. Sie verletzten viele andere Spezies, um sie zu helfen, um die Galaktik-Galaktik-Galaktik zu helfen. Verletzten, hm? Wie wenn die Solareons geholfen die Krogan zu helfen, ein bisschen... ...faster? Ja. Durch die Dig-Site, wie die Protheon-Archive auf Mars, oder hier an Eden-Prime, die Protheons wollten andere Spezies, um sie zu lernen. Klingt irgendwie zu freundlich. Sie hatten ein Empire, die ganze Galaktik-Galaxy spandten. Es ist nicht möglich, dass sie das nur so spielen können. Natürlich. Sie sollten auch ein sehr guter Militärer haben. Was die Protheons waren, finden einen lebend ist eine unglaubliche Möglichkeit. Gut, dass wir unseren Protheon-Expert haben. Ich hoffe, ich kann helfen. Wenn dieser Protheon-Empiret wurde in Stasis, er könnte sein der größte Wissenschaftler des Zeit, oder vielleicht der wisest Künstler. Ah, Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Dann lass uns ihn aus da. Nein, breaking open the pod would kill ihn. Wir müssen den command-signal der Ende des Stasis-Mode. Wir müssen auch herausfinden, wie zu physisch openen die pod ohne mehr zu tun. Cerberus hat über die Labs nebenbei und recherchiert was sie an der Dig-Site gefunden. Das ist wahrscheinlich unser bester Bet. Wir haben Gesellschaft, würde ich behaupten. Na komm. Wieso nicht? Das ist irgendeinem Grund. Ich kann nicht chargen. Wieso kann ich nicht chargen? Liegt's einfach nur an einem Ort? Ja. Was zur Hölle? Ein Frontkämpfer, der nicht chargen kann, ist ziemlich nusslos. Nope. So, Manitium brauchen. Das sind wir. So, ich hoffe, mein Scott und Liedern geht's soweit gut. So, ich hoffe, meine, ich bin hier. So, ich habe ihn gelieftet. So, ich hoffe, So, ich bin ein sehr geehrteres, denn ich bin nicht. die Reeper. Ich bin nicht mehr. Für die Empire! Für die Empire! Für die Empire! Geh zu Ihren Stasis-Port! Victory! Broadcast die Stasis-Readiness-Signal zu allen Lifebots! Und die Flüchtlinge, die noch zu erreichen haben! Der Wettbewerb wird in der kommenden Empire sein! Ich habe das Signal. Du verstehst das? Du hast nicht? Nein. All ich habe gesehen war Static. Cerberus versucht es zu verstehen, ohne Erfolg. Der Prothean-Cypher, die du auf den Feros bekommen hast, lässt du die Bilder sehen wie ein Prothean-Word, und verstehen ihre Sprache. Alles, was es tut. Ich habe das Video gesehen. Und das Signal, die sie benutzen. Perfekt. Dann müssen wir einfach herausfinden, wie die Pod physisch öffnen. In der Pod. Na gut. Die ganzen Cerberus-Aute sind wohl verschwunden. Weil ich das getriggert habe. Ich finde das hier nicht so... Hier kann man sich leicht verlaufen. Ich finde ich. Ich meine, ihr könnt ja gerne Cerberus ein bisschen beschäftigen. Credits? Gibt es hier noch irgendwas? Ja. Das Gebäude sieht auf jeden Fall wichtig aus, weil da ein gelbes Schloss ist, aber zuerst mal gut hier umsehen. Irgendwer muss Cerberus ja mal in die Schranken weisen. Also mir kann keiner mehr erzählen, dass das eine Pro-Mensch-Gruppe ist. Ich weiß nicht, dass die Pro-Mensch-Gruppe ist, aber ich weiß nicht, dass die Pro-Mensch-Gruppe ist. Ich weiß nicht, dass die Pro-Mensch-Gruppe ist, aber ich weiß nicht, dass die Pro-Mensch-Gruppe ist. Ich weiß nicht, dass die Pro-Mensch-Gruppe hat. Wie viele haben wir verloren? Reaper-Forces haben ungefähr 300,000 Lightbots verloren. Ein Drittel unserer Menschen. Achtung! Nordside bulkhead nicht zu schrauben. Hostiles geteckt. Dann alle Forsten in den Norden. Na super, noch mehr. Aber mir fehlt noch was. Ich meine, es gibt hier noch was, was wir finden können. Fuck off. Und ich habe mich da direkt in die Schusslinie eines Geschützes gestellt, oder? Genau. So, hier muss ich doch noch irgendwo. Hier waren wir. Da waren wir auch. So wird das gemacht. Vielleicht hier oben? Bringt nicht wirklich was hier oben. Sehr schön. Wow, das Glas ist cool, sicher. Dafür, dass da nur Pflanzen drin sind. Ach, die Munition respawnt gar nicht. Mann, Shepard, jetzt hör doch mal auf zu stöhnen. Ach, stimmt. Wer muss das so rüber? Als möglich sind hier Leitern. Ohne die Leitern würde das Spiel jetzt nicht weitergehen. Schauen wir uns mal gerade hier oben. Ne, hier ist auch nichts. Ich glaube hier drin, doch. Hier drin waren wir. Ich gebe das Signal. Ich gebe das Signal. Vielen Dank.